Und damit herzlich willkommen zurück, Leute! Wir haben gerade nichts mehr gemacht, außer bei Freddy. Und ich komm jetzt auch in den Nähter, weil unsere guten Freunde von Game Chess da sind. Wir wollen die mal überraschen. Ja, müsste ne Woche noch nicht rum, ne? Wie? Ja, du weißt schon. Wie komm ich da hin, wo du bist? Durch das Nether-Portal gehen. Bin ich? Ja. Und dann wieder, ich glaube, durch dasselbe wieder durch. Die Spinne ist übrigens mitgekommen. Aua! Ich komm nicht durch wegen der Spinne. Bitte sie. Ich kann sie nicht töten, das war ja nicht möglich. Ne, da steht übrigens ein Crafting-Ding, wenn du willst. Du ich erst gleich wieder durch, hast du gesagt. Ja. Wird. Geh ich gerade? Perfekt, man sieht es nicht. Wie todesviele Rohstoffe einfach da im Boden sind. Äh, wo bist du lang? Nach da oben? Ja, einfach wieder durch den Tunnel. Und dann wollte ich dann noch ein paar Stalltreppen gleich hin machen. Ja. Komm gerade. Wir müssen vor den Tunnel aber noch, ähm, Secret-Dingens machen. Du findest den Tunnel nicht. Nein, ich meine von innen. Von innen. Wo bist du? Im Wasser. Ich baue gerade hier so ein bisschen Dreck. Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Da bist du natürlich auch. Da bist du hier. Ich mein, guck mal, du siehst das hier von draußen nicht. Du kannst es nur erahnen durch die Seerosen. Ja, die kann man noch wegbauen. Ja, finde ich gut. Na, sie sind kleinen Anhaltspunkt, wo wir reinkommen. Ich geh jetzt mal zu denen. So. Aua. Schade, ich hab keinen Fisch dabei. Sonst hätte ich einen dreckigen Fisch ins Gesicht gekloppt. Kannst du ja entfangen oder hast du keinen? Keine Ahne. Ah, ne. Ach du, weil du schildern, ne? Ne, brauche ich nicht mehr. Hab ich zu erwischt. Gut, hab ich auch nämlich gemacht. Du bist ein Asi. Ich hab's vergessen. Sorry. Ich bin einfach so losgelaufen in der Aufnahme. Ah, ich sehe einen von denen. Sehen sie netter aus oder wollen sie uns töten? Weiß ich nicht. Er ist auf dem Haus und hab mich noch nicht gesehen. Ich glaube, er fliegt. Nein, er ist im Haus. Ich schlag ihn mal. Weißt du, manche, wir sind hier unten auf einmal Mobs. Ich versuche hier nicht umzubringen. Hast du ein Schwert mit? Ja. Ich nehme mich nicht. Gibt aber auch nur ein Eisenschwert mit. Ich tauch gerade unter dir in den Haus. Trotzdem, da unten ist einfach nur ein Scheiß-Mob, dass du töten musst. Ähm, crafte dir schnell einen Seminiter. Die haben richtig schöne Häuser. Bin ja gerade da. Wie lange dauert das das geläpperte Hand zu verbrechen? Ach, ich hab's geschafft. Ziemlich lange. Ich hab's gemerkt. So, Moment. Bei mir lädt der Chunk gerade nicht nach. Ich bin gerade bei denen in dem Haus. Du hast übrigens das Nervenportal kaputt gemacht. Wie? Ja, das ist nicht mehr an. Ich hab aber nichts gemacht. Ja, dann müssen wir das nächste Mal mit dem Feuerzeug kennen wahrscheinlich. Wenn du es kaputt gemacht hast, dann war mein ganzes Arbitum sonst übrigens. Machen wir's wieder an. Oh, Treppen sind echt schmutzig. Ich hab' ihn, ich hab' gerade versucht ihn zu hornen. Hab' ihn aber nicht getroffen. Hab' ihn aber nicht getroffen. Hast du ihn geschlagen? Keil. Ich stand auf einfach, ich stand auf einmal einfach neben ihm. Geil. Ah, er hat eine Diamantrüstung übrigens komplett an. Was hat er? Na, komplette Diamantrüstung an. Ach so, eine komplette Diamantrüstung. Wolltest du mich eigentlich verarschen? Wie viele Diamanten haben die bitte gefunden? Ich mein, Jörg ist tagelang am Mienen und er hat nicht so viel. Jörg, was machst du halt gerade? Sag bitte geheim. Okay. Soll ich da fahren. Von draußen und vorbei. Ähm, sorry Freunde, meine Aufnahme war grad weg. Keine Ahnung wieso. Neu Minuten etwa auf. Vier, vier Minuten Aufnahme sind ungefähr weg, aber frediert Aufnahme. Ach so, weil ich, oh, weil ich Sternchen geschrieben hab. Na klar. Ich verstehe aber. Machst du dann auch auf Sternchen statt auf F2. Ähm, übrigens, die haben, soweit ich sehen kann, extrem wenig gemacht. In ihrer Miene, also die sind nicht wirklich groß. Ja, vielleicht haben sie einen Dungeon gefunden. Hm. Okay, die Miene ist doch nicht so großartig im Moment. Okay, sie sind in eine Höhle gegangen. Alter, haben die hier in eine riesige Höhle. Aber wir doch auch. Die lassen hier einfach Eisen in der Wand zurück, ey. Birdstone, die haben richtig heftige Höhle gefunden. Irgendwie ein bisschen zu heftig, ey. Kannst du ein Feuerzeug rumbringen oder so? Ja, warte. Ich frag den mal kurz, ob ich, ähm, denen einen Flint klauen darf. Ich hab nämlich keinen mit. Dafür muss ich aber erstmal wieder aus dieser Höhle rauskommen, Alter. Warte kurz, das kann dauern. Warte kurz, das kann... Ich hab mich verlaufen. Ich komm nie wieder aus dieser Höhle raus, glaub ich. Ja, WTF! Wie soll man sich denn hier drin zurechtfinden? Geht ja auch nicht in fremde Minen rein. Da ist ein Ofen in der Wand. Da ist ein Ofen in der Wand. Und eine Truhe. Ich glaub, hier war ich schon mal. Oh, hier war ich schon mal. Oh, hier war ich schon mal. Ich hab mir echt hoffnungslos verlaufen. Warte, ob sie dich rausführen können. Ich baue mich einfach raus. Und dann brauchst du dich so unter dem Haus raus, mach's ne Kiste kaputt, sammels alles ein, und dann lockst du dich schnell aus. Nein, mach ich nicht. Ich baue dir nur noch alles. 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 Du lockst dich langsamer aus. Ich hab gar nicht mehr mit. Aber ich hab ein bisschen Holz mit und iron und ich weiß wo eine Crafting-Stable steht. Oh, man leckt der Server gerade. Bei mir geht's. Bei mir nicht. Gucken wir mal, was die im Ofen haben. Ach, gar nichts. Okay. Hauptsache erstmal in der fremden Mine verlaufen. Ich meine, stell dir mal vor, äh, fällt diese Mine hier auch und dann merken die, dass schon alles abgebaut ist. Welche Mine? Ich weiß. In der, der ich gerade bin. Naja, da müssen sie ja schon gewesen sein. Vielleicht wurde das Portal doch hier einfach gesetzt wegen irgendwelchen Fehlern? Das könnte auch sein. Aber dann... Ne, hallo, die, die haben doch einen Tunnel zu dem Portal gebaut schon. Zu uns haben. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, wir sind einfach zu weit außerhalb und haben das System einfach den nächstbesten, äh, Spot genommen, sag ich jetzt mal. Ich brauche hier unbedingt eine fackelige gar nichts. Was wenn du da Spitzhack übrigens bauen? Hab ich auch gerade. In der Höhle. Auch in der Höhle. Oh shit, oh shit, oh shit! Ja, ciao! Ciao! Bist du tot? Was? Ich bin gerade in einer, in einer anderen Höhle rausgekommen. Da stand ein Monster drin. Ich komme ihn nie wieder raus, alter! Alter, ernsthaft nicht! Moment, ich ja... Ach stimmt, ich vorher noch... Ich versuche mich jetzt einfach mal gerade so hochzubauen, das dauert zwar ultra lange, Und dann baue ich wenigstens immer hinter mir gleiche dazu. Ähm... Ich hab kein Eisen mehr, somit... Ich hab kein Eisen mehr, somit... Warte, was gebrannt ist... Warte, was gebrannt ist... 35 Eisen... Ne... So, 35 Eisen. Beste Idee. Deren Mino ist ziemlich tief, würde ich mal behaupten. Ich komm, hier komm wieder raus. Mit meiner eigenen Mino mache ich das ja so in der... Eine Mino im Fremdgebiet. Ich komm, hier komm wieder raus, ey. Okay, jetzt bin ich draußen. Ich habe' Problem! Sand, 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 so ! Oh ! Fuck, alter ! Muss ich schwimmen, jetzt , muss ich schwimmen, jetzt , muss ich schwimmen ? Oh 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 oh... MTT 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 Ja, ich hab' nen Ftend... Ach geschafft! Oh fuck, alter war ç genaamme. Ich hatte rede Todesangst. Ich sollte nie wieder einen fremden Minen geben. Das aby... das ist wirklich nicht schlecht die Idee noch gemerkt da kurz das Portal wieder und guck mal was das jetzt hinführt ja falls ihr es langweilig findet das ist schon euer Problem weil ich finde lustig mich einfach in anderen Leute um zu gucken die haben noch keine Alter die haben 11 Diamanten noch rumliegen die haben 3 Stacks Eisen plus 23 ein Stack Gold ja also unser OnePaya Portal funktioniert jetzt hier ganz normal ok gut ok die haben hier eine Kiste mit ausgedienten Waffen alter die haben hier noch mehr Eisen so ist es jetzt 6 Uhr morgens, das heißt ich kann gleich... Alter hier... ach ne das ist nur ein Bug wahrscheinlich was oh ja wir ficken gerade hahaha ich stand gerade genau vor ihm hab das einfach geschrieben haha 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 scheiße ist das lustig die haben übrigens schon... ich klau nicht aus eurer Kiste nein die haben Sattel und Horse Armor hey die kriegt man nur aus Dungeons haben die schon Dungeons gefunden? ich weiß es nicht also in der Höhle ist auf jeden Fall eine riesige Höhle ach halt das Haus wahrscheinlich haben die einen Dungeon Shares gefunden ich bin jetzt gerade in der... auf der Mittelinsel da sind drei Häuser eins scheinbar von Baywatch eins von OnePaya und eins wo kein Name dran steht versuch dich mal ich geh gerade auf die andere Insel bist du denn? da wo wir neulich waren wo wir die Kartoffeln gefunden haben gefunden Alter die waren aber richtig hübsch ja würde ich auch machen aber wir haben ja nicht so schönes Gebiet da ja also wir haben perfektes Gebiet aber nicht ich glaube ich geh gerade voll falsch ne ist doch richtig ich bin jetzt da wo wir letztes Mal waren what? na ich schreib von draußen vom Walde nein ich schreib Magie hehehehe ach geil das ist herrlich alter oh StreamShot gespeichert weil ich auf Snapchat gedrückt hab ich hab meinen... ah ich hab hier ne... hier ist ne Sandtagschule mit ne Spitzhacker drin chillig wo bist du denn? bin im Badezimmer glaub ich seh dich da so weit kannst du gucken? ja ich hab Zoom drin guck nochmal ich steh jetzt am Fenster ja ich seh dich ja ich seh dich Leidenschaft Penis ja richtig erwarten hier größer Server Server nicht rede ok hier haben sie ein bisschen Crap gelagert so ich stell mich einfach vorhin nicht vor wem? vor OneGap beziehungsweise ich glaub ich erst die ganze Zeit hinterher ja das war ziemlich lustig als... ich stand einfach auf einmal vor ihm weiß nicht er dreht sich um und... wow die haben eine Jukebox oh ich hab die Platte geklaut sorry 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 ich pack die Platte sofort wieder rein sorry sorry dass ich lebe ich wollte ein bisschen Musik hören ich wollte ein bisschen Musik hören soo kurz mal in den Keller gehen what? also die haben einen Todesviel Clay glaub ich ich bin grad wieder aus dem Haus raus ich hör grad das Lied toteslaut ich schenk ihn in Melone wo bist du? ja ich bin nach dem Haus ja ich bin nach dem Haus auf welchem? äh von dem was er grade baut ok ein paar gab's Haus ja ich denke auch schon ist es steht vorne dran kommst du mit? hier ist Baywatch wir machen nur Gangbang AG ja warte ich komm schon ich muss nur durch den Wald gehen haha ich komm schon Alter ist hier viel Clay you're fucking kidding me? hier sind Clay Strand bist du denn? ich bin ähm rechts neben dem Haus also rechts neben dem Badestimmerhaus ja der ist dahin weiter bei mir lädt er aber nicht so weit ich glaub das ist der Scheiße Mann was denn? er baut da grad sein Haus und der andere steht da im Weg und dann äh schlägt den einfach runter hat er mich geschlagen hm? der hat jetzt mich geschlagen die prügeln sich gerade läuft bald durch? frag mal Massenschlägerei äh ne Handgemenge Handgemenge ist das beste Wort das wir waren immer auf irgendwelchen englischen Servern in ähm Gary Smod im Roleplay Modus da und dann äh war Pascal und ich da und dann haben wir immer zu ähm ähm den ganzen Leuten gesagt äh let's make a Handgemenge und dann haben die dann haben die versucht das nachzusprechen und der Part ist vorbei ähm ich hoffe das Video euch gefallen auch wenn das jetzt nicht so spannend war ich nur ein bisschen was gebaut hab und äh die anderen hier ein bisschen ausspähe äh der gehört auch das Haus hier ohne Namen weiß ich auch nicht hat der dann auch da Missgeburt was denn? der hat einen Bogen wo Missgeburt drauf steht oh ich hätte grad fast Baywatch geschlagen wollen wir die mal schlagen? nein einfach nur so zum Spaß? ich hab grad noch Aufnahmen laufen die haben schon alle also warte mal bis gleich